Ich saß. Wohin? Wenn wir nachher oben sind und wir nicht komplett im Boden stehen. Oh! Der Knuff! Los geht's! Oh! Was sind Ihre Voreinstellungen auf den... Wer damit fährt, fährt gut. Ist der irgendwo da drauf? Damit fahren läuft. Julian, ich bin schon gehypt auf den Aufstieg. Richtig. Wieso? Ist doch gar nicht mehr so weit. Wie Stunden sind wir noch? Wie viele Meter? Erstmal muss ich riss aufs Klo. Dann sind es noch 5 Meter und dann sind wir eigentlich schon fast da. Guck. Ja, eigentlich schon fast da. Julian. Was ist Ihr Lieblingsessen? Das, was Stoli kocht. Also bis jetzt war alles total lecker. Also hier, was hatte man am ersten Abend? Hier Pöckbullar. Pizza-Brötchen lecker schmecken. Deswegen gab es Nudeln, Tomatensoße. Und heute gibt es, glaube ich, Burger oder so. Oder was gibt es heute, Philipp? Burger. Heute gibt es Burger. Burger ist bestimmt auch ganz lecker. Das ist ein Rottverwitz. Da ist ein Rottverwitz. Da ist ein Rottverwitz. Da ist ein Rottverwitz. Julian, wo sind wir dann? Auf jeden Fall, das ist ein Rottverwitz. Der Bremsen. Der Bremsen. Der Bremsen. Der Bremsen. Der Bremsen. Der Bremsen. Ah ja? Wo hat er das so schön? Kann man da aufwandern? So Ski? Ja. Ah ja? Wo hat er das so schön? Kann man da aufwandern? Wow. 2055. Lars, das Ski. Grüßi. Wie war's der Bergknub? Ne, guck doch mal da hoch, da weißt du wie du. Oh. Gude, bitte Platz machen. Da steht die Kuh auf unserem Weg. Macht die Kuh ganz schön nervös. Wir sind durch die hier Wohnzimmer stolz. Na? Ging mal hoch, ging mal direkt ab. Wie das Lewe halt. Wie fanden sie denn die Tour? Wahnsinn. Ich fand das super. Da mit Fahrer läuft. MAF. Oh, da ist ein LKW. Oh. Da kommt ja was dabei. Also eigentlich hättest du keinen Köpf verdient. Den müssten wir gerade Finger in der *** stecken damit alles wegkommen. Also. Das ist ja voll ansonsten. Uli. Uli, du schaffst das. Uli. Uli, du schaffst das. Uli. 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 Ich wollte eben die Lauchstangen entsorgen. Und dabei habe ich die Laufelge. Uli.